Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was gibt's da nicht? Na endlich! Tschüss, Ghast! Wir sollten uns den Flensmord reinhauen. Den was? Flensmord, dann haben wir so Maschinengewehre und alles. Ja, das ist ja langweilig hier. Maschinengewehren. Na, später ist lustig. Nein, du hast den Scheiß schon aus. Sack, fällig. Ich mein, da in der normalen Welt ein bisschen Eisenbeschaffung für das, was ich vernichtet hab. Ja, ich versuche mich jetzt da noch mal hier rüber zu bauen. Ich hoffe, ich fall mal da jetzt nicht um. So, übrigens, ich hab den ganzen Mais abgeerntet. Ja, danke. Am besten auch wieder anpflanzen, ne? Ach so. Ach so, wir haben was, ne? Ne, den kann man so essen, den hab ich jetzt grad einen reingestuft. Ach so, den gibt's noch. Wie groß ist eure Farm? Und hat Philipp wieder so ein automatisches Führendding gebaut? Ja, er hat so einen Kuhzwinger gebaut. Mit der Sentry Gun unten dran. Es sind fünf Raw Beef drinnen. Muss mal Weizen reinstoffen, dann kommt Fleisch unten raus, oder? Ja. Ja, im Prinzip schon. Ähm, ja. Kommst du dann wieder? Naja, ich bin noch am Mais ernten. Ja. Muss ja noch mehr Mais. Ja, ich mach mal. Schau mal auf der Karte, bis da irgendwas... Oh, der läuft weiter! Der läuft... Alter, der lief jetzt einfach weiter, während ich auf der Karte geschaut hab, ob da was ist. Das ist Tin. Das ist kein... Äh, bisschen kein Diamanten. Oh, das fließt jetzt grad erst runter. Da war der erst generiert. So. Jetzt wird die große... Alter, hier ist ja nichts in der Umgebung. Wobei nichts noch ü- übertrieben ist. Na, klasse. Ich hab jetzt einen Stack und 20 Mais. Ah, warte, ich muss ja wieder hoch. So. Ich hab jetzt einen Stack und 20 Mais. Ah. So. Ähm... Wo könnten wir... Da hinten ist was. Da hinten ist etwas. Was da... Ach nee, halt. Das ist ja tief, was du in der... Scheiße. Hehehe. Die Schade. Da geht's auch nicht durch. Wir müssen eigentlich da runter. Also ich muss da nicht da runter. Aber nur fall' ich mehr runter, als dass ich... ... so gehe. Ist wahrscheinlich... So. Ne... Ah, jetzt ist mir runtergefallen. So. Ich hab noch irgendwo Taschentücher. Ja, die haben wir. Sehr toll. Wie fall' ich mir jetzt hier irgendwie androtz? Huah! Gesundheit. Boah, gibt's das jetzt so, dass ich mir noch zwei Tage vor Kälte im Kult hab? So. Weiter geht's. Das ist nischt. Welchen Crafting Table hab ich mit meiner Rüstung gecraftet? Da liegen die Rezepte ja noch drinnen. Ja, klar. Nein, der hier war sicher nett. Ja, da war's. Ja, da war's. Das ist wenn ich mit mir wieder rauskomme. Das ist irgendwo ein Ausgum. Ja. Da ist irgendwo ein Ausgum. Ja. 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 Oha, Abgrund! Jaa... Abgrundtiefig, hoffentlich die Skelette schießen mich jetzt hier nicht hin. Ich muss aufpassen, dass die Spitze nicht kaputt geht. So, aber ist das andere? Ist das verbrannt? Ja, ist es. Das Problem, ich habe auch keine andere dabei, ne, Abgrundfen einfach runter hier. So, quasi nicht. Na, dann schauen wir mal, was hier alles so angefallen ist. Dark Sikorium, Redstone, noch mehr Dark Sikorium, Quartz Crystal. Alter, viel Dark Sikorium, ein bisschen Redstone. Hard Dark Crystal. So, die Musik passt so überhaupt nicht im Hintergrund. Ja, das ist echt, was da ist. Oder irgendwas in der Lava, in der Lava ist ja scheiße. ein ist ich brauche ich nicht das Problem das kann ich vielleicht später Schöder ist aber aber wenn er jetzt vergessen reichert muss schon das keine Ahnung wo ich hin will Okay, der Quarry ist wirklich fertig. Ja, zeig ich ja. Es schaut nicht recht gut aus, sag ich mal so. Soll ich Richtung komm ich denn? Was ist der da hinten? Oh, da ist ein Netterton. Nein. Ich hab die Scheiß befürchtet und da kommt jetzt gleich Lada, wo die ich drüber muss. Lada. Nee, kommt doch nicht, ist ein einziger Berg. Ach, die Scrapkiste ist halb voll. Ja, aber zu wenig Recycler. Musst du deine Cobblestone-Produktion vermindern. Ja, oder du musst mehr Recycler brauchen. Ich meine, die kostet diese Cobblestone-Produktion. Produktion kostet ja nichts. Soll mal ein Blast für das werden, oder? Soll mal ein Blast für das werden, oder? Soll mal ein Blast für das werden, oder? Ach, da hinten. Oh Gott, ich bin schon vorbei. Ich bin schon mal fertig. Ich bin schon mal fertig. Ich weiß, ich weiß aber nicht, ob wir Magna-Creme haben. Ich weiß aber nicht, ob wir Magna-Creme haben. Dann brauchst du einfach bloß Blaze-Powder, den Schleim darf man irgendwo herkriegen. Bitte sonst im Raum, nirgendwo interessantes, nirgendwo interessantes Thema, wenn es dich verloren hat. Dazu hoffe ich, es was interessant und nicht gefährliche ist. Aber wer ist sonst irgendwie scheiße? Wenn... Alter... Ist doch gut... Äh, was warum? Ähm... Wer kennt? Alter, ihr habt doch... ihr habt massig Eisen! Ja... Äh, ich dachte ihr habt keine Hilfe... Ähm... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Ich hab eine Kugel noch... Oh Gott... Das wollen wir... Kann... Klasse... Ah, da ist der Netherton... Oh, das ist eine Festung... Ne, das ist der Toon... Alter, wenns mich da runterfotzt... Dann ist... Dann ist... Zapfenstreich... Woah... Alter, das hat mich das Viecher all erschreckt... Boah... Ich mach jetzt erstmal alle Löcher zu... Und ich will da ungern runterfallen... So... Und jetzt geht's nach oben... Übrigens... Weil ich werde beim nächsten Aufnahmetern halt nimmer dabei sein... Dann kannst du die Rüstung haben von mir... Äh... Ja, die ist in diesem Netherton nisch drin... Verarschen jetzt, oder was? Was? Wo? Wo, 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 wo? Da hinten! Mh... Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das ist im Netherton nichts drin! Mh... Bis zum nächsten Mal.